Willkommen im Historischen Museum Frankfurt. Mein Name ist Udlin Schemschula, ich bin freie Kuratorin und habe hier an einigen Ausstellungen gearbeitet. Das Historische Museum ist das moderne Stadtmuseum von Frankfurt. Auf 6000 Quadratmeter Fläche wird hier in verschiedenen Ausstellungen 800 Jahre Frankfurter Stadtgeschichte gezeigt. Was ihr hier hinter mir seht, hat mit dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 zu tun. Und zwar haben sich in Frankfurt im Luxushotel zum Spahn 1871 die Kriegsgegner Deutschland und Frankreich getroffen, um über die Bedingungen des Friedens zu verhandeln. Und am 10. Mai 1871 haben sie dort den sogenannten Frieden von Frankfurt unterzeichnet. Auf dieser Zeichnung könnt ihr die Hauptteilnehmer der Verhandlungen sehen. Am Tisch stehen unterzeichnend der deutsche Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck, aber auch Graf von Hartzfeld vom Auswärtigen Amt und für Frankreich der französischen Außenminister Jules Favre. Und links sitzen weitere deutsche und rechts weitere französische Persönlichkeiten, die auch bei dem Ereignis anwesend waren. Die Zeichnung ist der Entwurf zu einem Ölgemälde, das von einem Frankfurter Maler direkt nach dem Ereignis gefertigt wurde. Das sogenannte Friedenszimmer ist nach dem Friedensschluss erhalten geblieben und man konnte es auch besichtigen. Und erst nach dem Abriss vom Hotel sind 34 Teile von der Einrichtung des Zimmers hier an das Historische Museum gekommen. Wie zum Beispiel der Tisch, auf dem der Vertrag unterschrieben wurde. Aber auch, wenn ihr auf die Zeichnung genau hingeschaut habt, könnt ihr vielleicht auch den Sessel erkennen. Hier im Historischen Museum ist die Einrichtung des Zimmers als Teil von der Galerie Geldstadt aufgehoben und ist eine von sieben Geschichten vom Geld und trägt den Titel Lösegeld. Warum Lösegeld? Weil der Verlierer Frankreich nämlich auch nicht nur die Gebiete Elsass und Lottringen als an das Deutsche Reich abtreten musste, sondern musste sich auch den Frieden ziemlich teuer erkaufen, bei dem es eine Art Zwangssteuer in Höhe von 5 Milliarden Goldfranken an das Deutsche Reich innerhalb von drei Jahren zahlen musste. Also diese Summe umgerechnet auf den heutigen Anzahl von Einwohnern in Frankreich würde circa 4500 Euro pro Kopf entsprechen. Also man kann sich auch schon gut vorstellen, warum es die deutsch-französischen Beziehungen noch sehr lange belastet hat. Im Deutschen Reich ganz im Gegenteil hat das viele Geld zum Wirtschaftsboom der 1870er Jahren erheblich beigetragen. Das ist der sogenannte Gründerzeit. Und mit diesem Geld konnten die Kosten für eine deutsche Münzvereinheitlichung getragen werden und es war die Voraussetzung zur Schaffung der Mark als einheitlicher Währung. Ja und deswegen ist die Einrichtung des Friedenszimmers hier in der Geldstadt zu sehen. Und nebenan könnt ihr auch die ganzen vielen Währungen, die es im Deutschen Reich davor gab, auch sehen. Und wenn ihr mehr über die Spuren der deutsch-französischen Geschichte in Frankfurt erfahren wollt, dann nehmt gerne teil an einer Führung zum Thema Francfort en français. Die gibt es sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch. Dabei kann man nicht nur über das Friedenszimmer erfahren, sondern auch zum Beispiel über die Bedeutung von Karl der Große sowohl für Frankfurt als auch für Frankreich. Ein weiteres Highlight ist auch das Puppenhaus von der Familie Gontard. Die Familie Gontard ist eine altadelige Familie aus Frankreich, die im Zuge der Heugenetischen Flucht um 1700 nach Frankfurt gekommen ist und dann in Frankfurt auch zu einer großen Bankiersfamilie geworden ist. Wir sehen uns im Historischen Museum Frankfurt.